Fußgängerzone. Der Hinweis steckt bereits im Namen. Für Fahrradfahrer bedeutet das runter vom Sattel. Schieben statt treten lautet die Vorschrift in der Ingolstädter Innenstadt. Zumindest in bestimmten Bereichen und zu festgelegten Zeiten. Ab 10.30 Uhr bis 20 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten, wo weniger Verkehr ist, weniger Fußgängerverkehr, ist das Radfahren erlaubt. Beginnend am Paradeplatz, durchgehend bis zur Theresienstraße, bis zum Ende. Und hier links runter bis zum Viktualenmarkt ist verkehrsberuhigter Bereich, Fußgängerzone. Somit das Radfahren in dieser Zeit untersagt. Und auch in der erlaubten Zeit ist es nur mit Schrittgeschwindigkeit erlaubt, die Fußgängerzone zu befahren. Wissen einige Leute nicht. Diese Details kann man in dieser modernen Zeit jederzeit mit ein paar Klicks im Internet recherchieren. Viele halten sich an die Regeln, aber eben bei weitem nicht alle. Petz und seine Kollegen führen daher immer wieder Kontrollen durch, ermahnen und verwarnen die Verkehrssünder. Dabei handelt es sich leider keineswegs um Einzelfälle. Wir sind ja im Juni zwei Tage hier gestanden und haben also nicht ausreichend gelbe Karten zur Verfügung gehabt. Wir haben 200 Stück verteilt. Ich glaube, ich hätte man in drei, vier Stunden verteilen können. Leider ist die Situation so und deswegen werden wir auch in Zukunft diese Kontrollen weiterführen, aber nicht mehr gebührenfrei, sondern gebührenpflichtig. Außerhalb der Fußgängerzone ist das Radfahren nahezu überall gestattet. Aber auch im übrigen Stadtgebiet gelten gewisse Regeln, die sicherstellen sollen, dass alle unbeschadet von A nach B kommen. Und auch hier gibt es immer wieder schwarze Schafe. Wir stehen hier an der Schillerbrücke und wir haben in letzter Zeit das Problem, dass sich Radfahrerinnen und Radfahrer nicht mehr an die Verkehrsvorschriften halten, insbesondere gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. Die StVO schreibt ja vor, dass man möglichst weit rechts zu fahren hat. Das bedeutet, dass die Radfahrer den rechten Radweg benutzen müssen, nicht frei wählen können. Man bürgt natürlich Gefahren, wenn man gegen diese Rechtsanordnung verstößt. Man fährt als sogenannter Geisterradler. Hier an dieser Stelle sieht man es. Das Fahrzeug fährt jetzt dann hoch, erwartet den Radfahrer, der aus Süden kommt. Und den Fahrradfahrer, der von Norden kommt, den beachten die Leute nicht, weil sie auf den fließenden Verkehr achten. Und der erscheint dann sozusagen wie ein Geist auf der Fahrbahn. Wer wo fahren darf bzw. muss, ist genau geregelt. Für Fahrradfahrer gilt, blaues Schild mit weißem Fahrrad bedeutet, hier ist generell der Radweg zu verwenden. Anders ist es hier in der Jahnstraße. Hier haben wir einen Gehweg mit dem Zusatzzeichen radfrei. Das bedeutet, der Radverkehr soll hier eigentlich auf der Fahrbahn fahren. Die unsicheren Radfahrer dürfen aber auch auf dem Gehweg fahren, deswegen radfrei, müssen dort aber Schrittgeschwindigkeit fahren. Und auf den Fußgängerverkehr Acht geben. Warum ist es jetzt wichtig, das zu unterscheiden? Wir haben festgestellt, vor allen Dingen hier in der Jahnstraße, gibt es immer wieder Probleme zwischen Radfahrern und Autofahrern. Weil niemand so richtig weiß, was gilt denn jetzt hier eigentlich. Und wir auch mitbekommen haben, dass leider Radfahrer auch immer wieder angemacht werden von Autofahrern. Sie sollen doch bitte auf ihrem Radweg fahren. Nein, Gehweg radfahrerfrei bedeutet eben keine Benutzungspflicht und hier soll der Radverkehr auf der Fahrbahn fahren. Und dann haben wir da auch noch unsere Fahrradstraßen. Fahrradstraßen sind, wie der Name schon sagt, Straßen, die hauptsächlich für den Radverkehr vorgesehen sind. Und der Kfz-Verkehr ist eigentlich nur Gast. Und dementsprechend sollte er sich auch verhalten. Das heißt, die Autofahrer dürfen den Radverkehr nicht gefährden oder behindern. Und sie dürfen auch nicht drängeln, wenn Radfahrer nebeneinander fahren. Und dieses Nebeneinanderfahren ist nämlich auch auf Fahrradstraßen ausdrücklich erlaubt. Der Kfz-Verkehr muss dann hinten dranbleiben und sich eben wie ein Gast dort verhalten. Wer jetzt noch einmal nachlesen möchte, was, wo, wie geregelt ist, findet alle Informationen rund ums Fahrrad in Ingolstadt. Kompakt zusammengefasst auf der Homepage der Stadt unter dem Stichwort Radverkehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017